Jetzt Bonus kassieren auf admiralbet.de Grünauer Kickers 2 gegen Rixdorfer SV. Klarer Sache, Sparky gewinnt das Ding 4-0. Ja, Sparky ist Heimstock auf jeden Fall. Grünauer BC gegen Tiergarten tippe ich ein 1-2 für Tiergarten. Auswärtssieg. Nord-Nordwest gegen BSV 2. BSV hier glaube ich gerade wieder mit einem Sieg. Wird zwar eng, aber ein 1-0 auswärts. Viele Auswärtssiege haben wir bisher. Ich mache nämlich noch gleich einen dazu. Wittenau gegen Langwitz tippe ich 5-2 Langwitz. Hedtrick Malek Taffer. Malek. Dann Polar Pinguin gegen Traba. Derby hier. Zuhause oder auswärts. Aber das müssen wir diesmal holen. Wird ein dreckiges 3-1 für uns. Okay, bin ich dabei. Simpni Adlasov gegen Türkiyamsport tippe ich 0-0. Geragt. Geragt, Leute. 0-0. Friedenau gegen Besiktas wird ein Klassisches 4-3 für Friedenauer TSC. Nach Rückstand. Nach Rückstand sogar. Schön gesehen. Okay. Und dann Tabelle nach dem 25. Spieltag. Wer ist Erster? Bleibt alles gleich. Wer ist Freunde? Polar Pinguin. Oh. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.